Hallo zusammen, wieder immer ich und heute geht es um das Morgenprojekt und ich gebe mal folgenden so altbekannten Grundplot als Vorgabe. Wissenschaftler erforschen etwas, etwas Faszinierendes, haben Erfolg, kreieren etwas. Dann kommt ein Außenstehender, der das Geschehene untersuchen soll, ist am Anfang ebenso fasziniert, entdeckt dann langsam die Gefahren und letzten Endes bricht diese Gefahr dann aus und alle bisher vorgestellten Personen kämpfen fortan ums Überleben. In diesem Plot könnte man jetzt mit weitesten Auslegungen einen Film wie Hollow Man packen, vielleicht sowas wie Ex Machina, sogar auch sowas wie Deep Blue Sea. Kurz gesagt, der reine Grundplot ist das eine, in welche Richtung er sich entwickelt, ob es einfach nur ein alberner Horrorfilm sein soll, ob es irgendwie Popcornkino sein soll oder durchaus was tiefergehendes wie eben Ex Machina. Das ist dann völlig unterschiedlich. Und Morgan, bzw. das Morgenprojekt, ist dann ein Film, der so in die letzte Sparte fällt. Sprich, hier hat man aus der gegebenen Storyline was Anspruchsvolles gemacht. Es geht um eine, ja was ist sie eigentlich, eine Versicherungsagentin, wie auch immer, namens Lee, gespielt von Kate Mara. Die wird zum Morgenprojekt bestellt. Da ist im Grunde Folgendes passiert. Wissenschaftler haben mit genetischen Experimenten ein junges Mädchen kreiert. Die ist zwar erst fünf Jahre alt, aber schon ausgewachsen wie eine, ja ich würde mal sagen etwa 14-Jährige. Hat großartige Fähigkeiten in diverser Hinsicht und sitzt dort in diesem Projekthaus, in dem das Ganze passiert, in einem Bunkerfest. Die Leute, die sich das Ganze betreuen, leben dort seit sieben Jahren, leben da innig wie eine Familie zusammen. Düberweise bei einem Verhör, bzw. bei einem Gespräch geht Morgan völlig unkontrolliert auf eine Wissenschaftlerin hin. Und Kate Mara spielt jetzt quasi eine Vertreterin der Geldgeber und soll untersuchen, ob dieses Projekt sich rentiert, ob das gefährlich ist und all das. Und es passiert eben das, was ich im Wesentlichen anfangs erklärt habe. Sie ist natürlich fasziniert von dem, was sie da vorfindet, nämlich Morgan, gespielt von, ich hab's mir aufgeschrieben, Enya Taylor-Joy. Ist einerseits sehr bedrohlich und unangenehm und gleichzeitig auch irgendwie faszinierend. Und natürlich baut sich stetig eine Atmosphäre der Bedrohung auf, die sich relativ bald in nackte Gewalt entlädt. Allerdings ist sie jetzt nicht so ein Film, wo man, keine Ahnung, jetzt eben wie Deep Lucie genannt, wo man einfach nur die Figuren vorgestellt bekommt, die dann in die Bredouille bringt, sondern hier ist es wirklich so, es sollen sich generell grundsätzliche Fragen gestellt werden. Das Dumme ist dabei nur, ich schnalle es nicht. Ich schnalle nicht. Warum ist diese Gestalt, warum geht die überhaupt in der Eröffnungsszene auf diese eine Wissenschaftlerin los? Dass dieses Wesen irgendwie von einem Freiheitsdrang angetrieben wird oder von dem, was man mit ihrer Macht nicht besonders begeistert ist. Das erscheint mir plausibel. Ich krieg's aber nicht so ganz hin, warum sie dann quasi den Drang hat, diese Leute, die sie seit sieben Jahren betreuen und pflegen, unbedingt umzubringen. Ansonsten ist der Film über zweiteste Strecken so wie ein Theaterstück. Sprich, es gibt eigentlich nur ganz eingegrenzte Schauplätze, ganz wenig Spielraum, auf denen größtenteils nur Dialogszenen stattfinden. Wenn es denn dann dazu kommt, dass dieses Wesen irgendwie Leute attackiert, geht es nicht um den Schaueffekt. Also es finden oftmals Erwürgungen und sonstiges außerhalb des Bildes statt. Und selbst eine am Ende kurz stattfindende Autoverfolgungsjagd ist einfach nur zwei hintereinander fahrende Autos, die jeder Amateur so filmen könnte. Allerdings hat Morgan Projekt auch durchaus Reize, also reizvolles eher, ja, wie soll ich das sagen? Er erforscht diese grundsätzliche Frage, wie weit da Forschung gehen? Ist das Ganze immer noch ein Forschungsobjekt? Ist es ein Mensch? Was hat es für Rechte? In dieser Hinsicht gehen die Fragen und die kann man durchaus mal interessiert betrachten. Was den Film aber auch noch stark schwächt, ist der Mangel an Figuren. Damit meine ich nicht, dass zu wenig Leute im Film rumlaufen, aber allein die Hauptfigur Lee, gespielt von Kate Mara, das ist so eine staubtrockene, fiese Figur. Das ist einerseits konsequent, weil als jemand, der entscheiden soll, ob dieses Projekt weitergeht oder nicht, von ominösen Geldgebern gesandt, macht es Sinn, dass da so eine finstere, nüchterne, kurz angebundene Figur kommt. Auf der anderen Seite hat man damit keine Figur, mit der man wirklich mitfiebern kann. Und diese anderen Gestalten, eben diese Wissenschaftler, die da schon so lange zusammenleben, die werden nur grobflächig gezeichnet und man entwickelt keinen Mitleid wirklich mit ihnen, wenn sie dann später, ich sag mal so, das eine oder auf die eine oder andere Weise blutig den Hut nehmen. Ein Promi hat noch eine Nebenrolle, nämlich Paul Giamatti gibt für ein paar Szenen sein Gesicht zum Ganzen und das ist ein netter Bonus. Ja, wie soll man sagen, der Film wird am 1. Dezember in die deutschen Kinos kommen und ich kann mir auch hier nicht vorstellen, dass das ein Titel ist, wo wirklich die Leute großflächig in die Kinos rennen, obwohl zumindest diejenigen, die es tun, auch wenn der Film für mich jetzt relativ im Durchschnitt bleibt, die letzten fünf Minuten offenbaren eine richtig gute Megapointe. Das ist das Dumme, ich will natürlich nicht spoilern, werde ich auch nicht, aber ist das die altbekannte Frage. Lohnt es sich, 90 Minuten relativ durchschnittlichen Film abzusitzen, um dann mit diesem Knall am Schluss zu gehen? Muss man für sich entscheiden. Ich selber bewerte das Ding mit 3 von 5 Punkten, rate nicht ab, rate nicht dafür, arbeite nur an so einem flachen Wortwitz wie, diesen Film muss man nicht heute im Kino gucken, es reicht Morgan im Heimkino. Ganz schwach. Wie seht ihr das? Interessiert euch so ein Film? Findet ihr das spannend, wenn so ein Science-Fiction-Film nicht auf den Action-Part oder auf den Horror-Part, sondern mehr auf das Anspruchsvolle setzt? Und ja, schreibt mir doch einfach irgendwas in die Kommentare unter dieses Video. Ihr könnt mir wie immer auch gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.